Hallo, mein Name ist Moritz Klatten, wir sind hier bei Jam Performance und der heutige Tipp geht um das Thema Ernährung. Wenn ihr euer Körperfett deutlich reduzieren wollt, solltet ihr unbedingt probieren, Fleisch zum Frühstück zu essen. Der Grund dafür ist, dass man morgens Fleisch zum Frühstück isst, dass der Dopaminspiegel deutlich nach oben geht. Dopamin ist der Neurotransmitter der Motivation, das heißt man geht gleich motiviert in den Tag hinein. Gleichzeitig erhöht sich auch der Acetylcholin-Spiegel. Acetylcholin ist der Neurotransmitter der Aufmerksamkeit, das heißt man ist den ganzen Tag aufmerksam, ohne dass man einzelne Lücken hat, wo man sich nicht konzentrieren kann. Wenn man aber normales Frühstück ist, wie man es sonst gewohnt ist, wie zum Beispiel Croissant und Orangensaft, erhöht man den Serotonin-Spiegel. Serotonin ist der Neurotransmitter der Glücklichkeit, aber man wird gleichzeitig dadurch schläfrig, das heißt man kann sich eigentlich direkt nach dem Frühstück wieder schlafen legen. Wenn ihr Fleisch zum Frühstück isst, solltet ihr auch darauf achten, jeden Tag das Fleisch zu rotieren. Das heißt man sollte nicht jeden Morgen Rinderfilet essen, sondern man isst an einem Tag Rinderfilet, am nächsten Tag isst man zum Beispiel Hühnchen, am Tag darauf Lamm, weil man halt so vermeidet, dass man Unverträglichkeiten entwickelt. In diesem Sinne, guten Appetit!